Hallo liebe Jedi-Ritter! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Desktop ganz an eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt. Doch kurz vorab möchte ich dir erklären, was der Unterschied zwischen einer Desktop-Umgebung und einem Window-Manager ist. Unter Linux gibt es ganz viele verschiedene Desktop-Umgebungen und Window-Manager. Bekannte Desktop-Umgebungen sind zum Beispiel KDE Plasma, Gnome, XFCE oder LXDE. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus, verhalten sich verschieden und bieten unterschiedliche Funktionalitäten. Window-Manager gibt es hingegen auch. Ein Window-Manager ist viel spartanischer als eine Desktop-Umgebung. So ist er vor allem zum Beispiel bei ISVM, was wir hier bei TugSwiss verwenden, für das Zeichnen des Panels, des Startmenüs, des Desktops oder auch der Fensterdekoration verantwortlich. Jede Desktop-Umgebung verwendet auch einen Window-Manager. Der ist dort aber meistens nur für das Zeichnen der Fenster zuständig und den Rest machen andere Programme. Zusätzlich enthalten Desktop-Umgebungen meistens viele interessante Tools, wie eigene Dateimanager, grafische Einstellungsdialoge, Core-Applikationen und so weiter und so fort. Ich möchte dir aber heute zeigen, wie du den Window-Manager ISVM für dich so anpassen kannst, dass er dir gefällt. Denn das ist das Kernstück von Linux. Du kannst alles anpassen, wie es dir gefällt. Legen wir doch mal los. Ich gehe hier in das Startmenü, klicke auf Einstellung und wähle dort den Punkt Erscheinungsbild anpassen. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten. Dieses Tool kommt nicht von ISVM. Das haben wir uns aus LX.de geborgt und es heißt LX Appearance. Hier hast du erstmal eine Übersicht, welche Fensterdekoration oder Theme verwendet wird. Wir verwenden hier das klassische Theme Raleigh Reloaded. Wir stellen es mal um. Aha, es ändert sich schlagartig. Das können wir anwenden. Ad weiter kommt aus dem Gnomen-Umfeld und ist dort seit vielen Jahren die Standards ziehen. Zusätzlich können wir zum Beispiel das Symbol-Thema ändern. Wir haben hier das Symbol-Thema Tango im Einsatz. Ich könnte aber zum Beispiel auch nur auf XT wählen, klicke auf Anwenden und bin schon fertig damit. Dann schaue ich mal in unseren Dateimanager, denn dort sieht man sofort, ob sich die Symbole geändert haben. Ah ja, wir haben hier neue Symbole. Super. Wenn ich jetzt einen neuen Ordner erstelle, so sieht der anders aus. Ich stelle gerade nochmal zurück. Symbol-Thema. Gehe nochmal zurück auf Tango. Anwenden. Dann muss ich einmal den Dateimanager schließen, damit es aktiv wird. Aha, sieht aus wie früher. Ja. Also stellen wir wieder um. Zack. Dateimanager nochmal öffnen. Neue Icons. Super. Im Repository der Distribution findest du auch weitere interessante Icon-Themes, die du suchen kannst. Probier sie einfach mal aus und wähl das, was dir gefällt. Dann haben wir, wie gesagt, den Window-Manager und zwar hier in dem Fall die Fenster-Dekoration. Die können wir hier einstellen über die Einstellungen. Das sind Einstellungen von ISVM und wähle hier Theme. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal zeigen, wie ISVM aussehen kann, wenn man die Windows 7-artige Theme, die ich für euch designt habe, anklickt. Dazu wählt ihr hier den Punkt I, wählt I7 und schwupps sieht alles anders aus. Jetzt ist dir vielleicht aufgefallen, dass das Hintergrundbild auf einmal weg ist. Das liegt daran, dass wir das Hintergrundbild mit dem Programm Nitrogen zeichnen. Dieses wird beim Start ausgeführt. Da wir jetzt aber ISVM restartet haben, ohne uns ganz ab und wieder anzumelden, ist das Hintergrundbild auf einmal weg. Man kann das Hintergrundbild auch direkt in der Theme-Konfiguration der ISVM-Theme angeben, haben wir hier aber nicht gemacht. Also gehe ich auf Zubehör, Nitrogen und dann wähle ich mir doch gerade noch ein passendes Hintergrundbild im Windows 7-Stil aus. Klick auf Apply und dann siehst du hier, hast du noch verschiedene Möglichkeiten. Das Bild sieht jetzt hier ein bisschen verzerrt aus. Das versucht er automatisch für dich zu skalieren. Was auch gut funktioniert, ist hier die Funktion Zoom fehlt. Probieren wir nochmal. Aha, sieht doch schon viel besser aus. So, jetzt ist es aber so, dass hier im Startmenü immer noch die alten Icons verwendet werden. Warum ist das? Das Startmenü wird dynamisch bei jedem Start generiert mit einem Programm, das heißt XTG Menü Maker. Wir schauen mal hier in den Dateimanager und drücken Ctrl-H oder Strg-H, je nach deiner Tastatur, und gehen hier in den Ordner ISVM. Dort gibt es eine Datei, die heißt Startup. Die öffnen wir mal. Die öffnet sich im Texteditor, der heißt Mauspad. Dann mache ich erstmal hier das Groß, damit wir es auch sehen können. Dann kann man hier noch irgendwo Zeilenumbruch einstellen. Müssen wir mal schauen. Da oben, Dokument, Zeilenumbruch. Genau, jetzt haben wir Zeilenumbruch eingestellt. Dann ist es viel besser. Und jetzt nimmst du mal hier diese Zeile. Das ist das Startskript, was bei jedem Start vom ISVM ausgefüllt wird. Und hier siehst du, da macht er das Nitrogenbild und hier generiert er das Startmenü mit dieser ganzen Zeile. Die kopieren wir uns jetzt mal und öffnen ein Terminal. Unter Linux gibt es eine tolle Funktion. Da braucht man nicht Ctrl-C, Ctrl-V oder rechte Maustaste kopieren und rechte Maustaste einfügen machen. Sondern man kann einfach einen Text auswählen, in das Ziel gehen und mit der mittleren Maustaste einfügen. Wenn du keine mittlere Maustaste hast, dann solltest du versuchen, die linke und die rechte Maustaste gleichzeitig zu drücken. Das geht oft auch. Und ansonsten kann man das konfigurieren. Also wir fügen das mal ein, generieren das Menü neu. Das ist unter .ISVM Menü. Das ist die Menü-Datei. Zack, hat er was gemacht. Gucken wir uns an. Ah, neue Icons. Seht ihr, hat das auch schon geklappt. Und so könnt ihr sehen, wie man auf einfache Weise die Einstellung anpassen kann. Jetzt gibt es aber noch ein paar Applikationen, die zum Beispiel Qt, das Qt-Toolkit verwenden. Da gibt es verschiedene Toolkits. Diese Applikationen verwenden alle mittlerweile GTK in der Version 3. Das sind so Toolkits. Das kommt aus dem Gnom-Umfeld. Die machen all hier die Darstellung, wie das aussehen soll, wie die Fenster aufgebaut sind und so weiter und so fort. Und es gibt aber auch das Qt-Toolkit, was zum Beispiel bei KDE-Plasma sehr beliebt ist. Es gibt aber auch viele andere Applikationen, die nichts mit KDE zu tun haben, die das verwenden. Schauen wir uns zum Beispiel mal QPDFView an. Da ist sogar schon das Q im Namen drin. Und ihr seht, ah, das sieht ja immer noch irgendwie komisch aus. Dafür gibt es dann wiederum eigene Einstellungen. Es wäre nicht Linux, wenn es nicht für alles eigene Einstellungen gäbe. Hier im Bereich Einstellungen gibt es Qt-5 und Qt-6. Qt gibt es in unterschiedlichen Versionen. Die neuere ist natürlich Qt-6. Wir stellen mal beide um. Gehen wir da rein. Wir haben ja vorhin, ihr erinnert euch, in Einstellungen, Erscheinungsbild anpassen, das Fenster-Theme hat weitergewählt. Hier seht ihr jetzt den Stil GTK 2. Also er versucht, den Stil der GTK-Theme nachzuahmen. Wir möchten aber Adweiter verwenden, weil für Adweiter gibt es eine eigene Qt-Theme. Die heißt Adweiter-Qt. Ich wähle also hier direkt Adweiter aus. Sieht toll aus und kann hier dann auch noch das Symbol-Thema umstellen. Da wähle ich das Gleiche, was ich vorher in LX-Appearance gewählt habe. So, das Gleiche machen wir jetzt auch noch für Qt-6. Einstellung, Qt-6-Einstellung. Da gibt es das Gleiche, das heißt da einfach nur Qt-6 GTK 2. Wir wählen hier wieder Adweiter. Ich sage Anwenden, OK. Und dann öffnen wir zum Beispiel nochmal Qpdf zu. Und sehe da, es ist alles in Ordnung. Da gibt es unheimlich viel zu entdecken. Und diese Windows 7-artige Theme, die ich hier für euch designt habe, ist natürlich nur ein Beispiel. Wenn ihr mal guckt, alleine im ISWM-Bereich, Einstellungen, Themes, gibt es hunderte von verschiedenen Themes, die ihr alle mal ausprobieren könnt. Wir haben hier die ganzen klassischen Linux-Wallpapers mitgeliefert, die ihr alle im Nitrogen findet. Sucht euch das passende aus. Bei GTK und Qt-Themes ist die Auswahl etwas kleiner. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass das Gnome-Projekt sich sehr stark auf Adweiter konzentriert hat und dadurch die Vielfalt etwas eingeschränkt worden ist. Aber auch da gibt es noch andere Themes. Sucht einfach mal danach. Ich habe zum Beispiel mal einen Desktop gebaut zum Halloween, der komplett aussah wie Dracula. Also versucht euch mal aus, probiert euch aus und macht dir deinen Linux-Desktop genauso, wie er dir gefällt. Ich freue mich auf die Ergebnisse. Teilt sie bei uns in der Community. Wir haben einen Telegram-Kanal. Tritt bei, mach einen Screenshot und zeig uns, wie dein Desktop aussieht. Ich freue mich drauf. Bis bald und tschüss.